Diese Küken sind gerade aus dem Ei geschlüpft und erfreuen sich am Frühling. Sie sehen wirklich niedlich, putzig aus. Sie passen so in diese Dekoration mit den vielen bunten Blüten gut hinein. Das erinnert an die schönen frischen Farben vom Frühling. Ja, dann schaut mal, ob ihr diese Küken auch irgendwie basteln könnt. Ich habe die bei Vulvas übrigens gekauft, aber es gibt sicher überall auch unterschiedliche Dekorationen, die da reinpassen würden. Ihr könnt natürlich auch Osterhasen reinsetzen, so wie ihr das mögt. Ja, viel Spaß dabei! Heute wollte ich ein Frühlingsgesteck basteln und mir dafür als erstes eine Grundkonstruktion herstellen. Hier habe ich eine Pappe, die ist 52 cm lang und 11 cm breit. So, dann habe ich eine weitere Pappe, das ist so ein Eckstück vom Karton. Der hatte schon diese, also diese Faltung hier, das finde ich optimal für mich. Der ist insgesamt 11 cm breit und 47 cm lang. Also wenn ihr so eine eckige Schachtel in Pappe habt, bietet sich das an, sonst müsst ihr hier das so ein bisschen falzen und dass man das so biegen kann. Ich wollte nämlich so ein bisschen die Deko nicht zu hoch, aber auch nicht einfach platt aufkleben, so verschiedene Blumen, sondern so ein bisschen einen Bogen reinbringen. Und dafür bietet sich dieses, diese Pappe echt an. Die werde ich so aufkleben, dass ich hier noch ein Stück frei habe und auf der anderen Seite ein Stück frei, damit man nachher die Öffnung noch mit verkleben kann. Das Ganze werde ich natürlich mit einem Heißkleber machen. So, zuerst klebe ich hier die Grundfläche fest, da trage ich hier den Klebstoff auf. Das muss ich dann sofort aufkleben, sonst ist nachher der Klebstoff getrocknet. So, das setze ich jetzt hier vorne im Rückteil so auf. So, dann streiche ich diese Fläche ein. Wenn man nachher ein bisschen Klebstoff sieht, ist das nicht so schlimm, weil da klebe ich ja Blüten drüber, Blüten und Blätter. Mal gucken, was mir so einfällt. Dann mache ich auch vorher kein Foto für ein Material, weil ich das noch gar nicht weiß. Das ergibt sich, was so in meinem Fundus alles noch so zu gebrauchen ist. So, das klebe ich auch nur bis hier vorne hin. Dann kann man nämlich nachher hier noch die Blüte aufsetzen. Die hat hier unten dann noch halt. Und so ist nachher auch die Pappe verdeckt. Also es sollte so sein, dass ich nachher von dieser Pappe, von dieser Grundkonstruktion nichts mehr sehe. Ich habe nun dieses gesamte Pappobjekt mit einem Crepe-Papier. Dies ist ein Gärtner-Crepe, aber ihr könnt auch ein anderes Papier nehmen. Auch Tonpapier oder ein normales Crepe-Papier. Ich habe grün gewählt, weil ich dachte, das ist so wie das frische Grün des Frühlings. Also, mit diesem Crepe-Papier oder Gärtner-Crepe habe ich jetzt dieses Objekt umwickelt und hinten festgeklebt. Damit man hier diese Klebestellen nicht sieht, habe ich hier nochmal einen Pappstreifen, ich habe jetzt hier zwei zusammengestellt, aber einen Pappstreifen aufgeklebt. Dann ist das so eine saubere Abschlusskante. So, um jetzt diese Bastelarbeit so gut in Szene zu stellen und dass es alles schön gleichmäßig ist, habe ich an jeder Ecke hier so eine Margaritenblüte aufgeklebt. Das habe ich an dieser Ecke gemacht. So, und an dieser. Danach werde ich jetzt dieses Teil gestalten. So, ich möchte natürlich meine schöne Wiese jetzt auch gestalten. Dafür habe ich Kunstrosen genommen, einmal so, die so ein bisschen pink sind. Hier so Schaumstoffrosen in rosa. Hier habe ich kleine Blüten, einmal ganz kleine Osterglocken, Fosizien. Hier habe ich so, ich glaube, Kirschblüten oder Mandelblüten, ich weiß es gar nicht ganz genau, sind das. Und ihr könnt auch noch Blüten ausstanzen mit der großen Stanze und dann einfach so Glitzersteinchen reinsetzen. So, dann schiebe ich das mal zur Seite, komme zu den nächsten Blüten. So, die habe ich hier einfach mal auf so einen Deckel gelegt. Da habe ich von Reiher, die haben so eine Packung, da sind solche Blüten drin, das sind so Papierblüten. Die kann man jeweils mit Glitzersteinchen aufpeppen. Dann habe ich hier so eine kleine ausgestanzte Blüte, die sowas kann man machen und Glitzersteine reinsetzen. Und hier habe ich nochmal von einem Zweig, so einem Blütenzweig, eine Blüte, die kann man auch ganz schön nutzen, um auch Lücken zu schließen oder die Wiese im Vorderbereich schön zu gestalten. Da habe ich die Glitzersteinchen einfach hier so mit so einem Cutter runtergenommen, das geht ganz gut. Und dann da drauf gesetzt. So, das wären erstmal diese Blüten. Dann habe ich hier noch eine Blüte genommen. Diese, die habe ich schon mal für eine Blütenkugel benutzt. Das zeige ich euch eben, wie ich die gemacht habe. Ich habe jetzt leider kein gelbes Papier mehr, aber in Gelb sind die schön für diese Wastelarbeit. Also ich habe einen Streifen geschnitten, der 5 cm breit ist, auf einem Gärtnerkrepp. Gärtnerkrepp ist schön stabil und fest. Den kann man schön auseinanderziehen. Den habe ich hier geknickt. So, und habe kurz die Seitenteile so ein bisschen hier zusammengeklebt. Brauche auch nur oben, dass es nicht verrutscht, wenn ich es knicke. So, das drücke ich jetzt zusammen. Dann gehe ich hin, wickele mir das so um den Finger. Also der Streifen ist breit, also hoch 5 cm und die Länge ist um so 4,3 cm so um den Dreh. Okay, so, dieses wickele ich mir jetzt um den Finger, streiche hier vorne ein bisschen Klebstoff auf. So, und füge das zusammen. So, der Klebstoff muss jetzt trocknen. Dann gehe ich wie bei dieser Blüte hin und wickele das hier unten zusammen mit einem Draht. Den habe ich jetzt nicht hier. Wickele das zusammen. Und dann kann ich das nachher hier so auseinander biegen und ziehen, wie hier bei dieser Blüte. Und anschließend eine Perle einkleben. So, da habe ich einige von gemacht, weil dieses Gelb, das ist so ein dunkles Gelb, schön in dem Gesteck aussieht und ich damit schön eine größere Fläche gestalten kann. Ja, das zu den Blüten. So, dann hole ich mal eben mein Gesteck. Und zeige euch das, wie ich die Blüten da aufgesetzt habe. So, das ist jetzt ja ein langes Teil. Da habe ich hier so, wie ihr seht, auf jeder Seite das so positioniert. Die Röschen hier weiter. Hier den Zweig reingesetzt. Hier die anderen Sachen. Hier habe ich noch Margariten dazu. Die hatte ich eben, glaube ich, gar nicht dabei. Margariten. Und jede Seite diese und die andere habe ich deckungsgleich geklebt. Dann habe ich hier so eine Lücke gelassen und die kleinen Blüten hier entlang so versetzt aufgeklebt. Diese Fläche werde ich jetzt mit Ostereiern gestalten. Und zwar, die zeige ich euch mal, die sind ganz niedlich. Ich stelle dies mal so zur Seite. So, dann habe ich hier bei Vulvas noch so wirklich süße Küken gefunden. Die gibt es in vier verschiedenen Farben. Ob ich sie alle vier nehme? Das glaube ich nicht. Ich nehme aber drei Stück davon. Die gibt es in lila, in rosa oder pink, in gelb und in grün. Die sind total süß, finde ich. Was ich da machen muss, ich muss auf jeden Fall die Aufhängung, weil das sind ja Ostereier zum Aufhängen, Zweiganhänger. Da muss ich jetzt die Bänder abschneiden. Und dann werde ich die Küken, wenn ich das nochmal hier vorstelle, hier gleich aufkleben mit dem Heißkleber. So, ich glaube drei Stück nehme ich oder vier. Ich weiß es noch nicht genau, muss ich gucken. An beiden Seiten habe ich jetzt noch so ein bisschen Kunstbuchsbaum eingesetzt. So, wie ihr seht, zwei Küken habe ich schon mittig aufgeklebt. Hier ist das dritte. So, also das viel wird ein bisschen viel. Dann habe ich mir, das habe ich das grüne weggelassen und diese hier aufgesetzt. So, hier vorne klebe ich noch kleine Blümchen drauf. So, und mal gucken, wenn ich hier noch so an das Küken jeweils eine kleine Blüte setze, ob das aussieht. So, hier seitlich. Ja, das sieht ganz gut aus, wenn ich hier seitlich noch ein bisschen was dran setze. So, und dann ist meine Bastelarbeit fertig. Ihr könnt die Rückseite natürlich ganz genauso gestalten. Die Seitenteile habe ich schon so gemacht, dass dieses, was vorne ist, auch hinten sich wiederholt. Und hier könnt ihr von der Rückseite, die kann man so nicht sehen, auch die Blümchen aufsetzen. Dann kann man diese Dekoration auf den Tisch stellen. Ihr könnt auch ein Hühnchen oder ein Küken andersrum drehen, dass es dann in die andere Richtung guckt, wenn man das jetzt so auf dem Tisch macht, hinstellt. Aber wenn man es so irgendwo auf ein Regal stellt oder auf die Fensterbank, sieht es ganz schön aus, wenn alle Küken nach vorne gucken. Ich finde die ganz niedlich, die mit ihren kleinen spitzen Nasen und den Federn. Ja, dann will ich das mal eben dekorieren. Ich hoffe, dass euch das Video gefällt. Diese Gesellen sehen echt putzig aus, aber es gibt in den Geschäften wirklich so wunderschöne andere Sachen. Ihr könnt auch welche basteln oder Eier selber bemalen und bekleben. Ganz wie ihr das möchtet. Ansonsten schaut mal in meine Playlist Frühling und Ostern rein. Da gibt es wunderschöne kleine Hasen, die man selber basteln kann. Da braucht ihr also nicht großartig was einzukaufen. Ja, irgendwas wird da für euch dabei sein. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich würde mich natürlich über einen Kommentar, ein Abo und über einen Daumen nach oben freuen. Ja, dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis bald, eure Angelika Kipp.